Das Cashback-Programm von Ultima ist ein revolutionäres Produkt auf dem Kryptomarkt, das es Ultima-Benutzern ermöglicht, Geschenkkarten der weltweit größten Marktplätzen, Amazon, Megamarsche, Flipkart und vielen anderen mit maximalem Profit zu kaufen. Das Cashback-Programm ist in das Hauptprodukt DeFiU integriert. Durch die Bezahlung des Produkts zur Teilnahme am Splitting werden sie automatisch zum Teilnehmer des Cashback-Programms. Wie funktioniert das alles? Erstens, sie wählen und bezahlen ein Paket, das eine Lizenz, einen Vertrag und Cashback-Points beinhaltet. Zweitens, sie erhalten Splits auf ihre Wallet und fangen an, tägliche Belohnungen von der Blockchain anzufordern. Drittens, die Cashback-Points werden ihrem Guthaben auf der Ultima Cashback-Website angerechnet. Ihre Anzahl wird entsprechend dem Wert des von ihnen gewählten Pakets bestimmt. Jetzt erhalten sie für einen Euro einen Cashback-Point. Das heißt, wenn das Paket 1.100 Euro kostet, dann erhalten sie 1.100 Cashback-Points. Viertens, sie können ihre Cashback-Points auf dem einzigartigen Marktplatz von Ultima Store einlösen, indem sie Gutscheine auf den größten Marktplätzen der Welt kaufen. Das Cashback-Programm ist ein mutiger Schritt für das Projekt, denn das hat noch niemand gemacht. Das Hauptziel der Einführung von Cashback-Points besteht darin, Ultima bekannt zu machen und die Akzeptanz von Kryptowährungen in der realen Welt zu erhöhen. Die Gutscheine vom Ultima Store sind die Tür zur Welt des profitablen und grenzenlosen Shoppings. Marktplätze, für die im Ultima Store Gutscheine angeboten werden, bieten Millionen von Artikeln, von Lebensmitteln über Flugscheine bis hin zu Autos. Dabei wird die Liste der Partnershops ständig erweitert und bietet Nutzern weltweit völlige Wahlfreiheit. Somit löst das Cashback-Programm eine der Hauptaufgaben des Ultima-Teams, den Token für den Massengebrauch und für die Lösung realer Alltagsprobleme der Menschen möglichst nützlich zu machen. Stellen Sie sich vor, Sie profitieren vom Splitting und bekommen gleichzeitig notwendige Produkte des täglichen Bedarfs mit maximalem Nutzen. Dieses Angebot dürfen Sie sich nicht entgehen lassen. Ultima Store ist mehr als ein Marktplatz. Das ist eine neue Vorstellung vom Shopping. Das sind Profit und Freude am Kaufen. Das ist die Möglichkeit, nicht nur das zu bekommen, wofür das Geld reicht, sondern auch das, wovon Sie schon immer geträumt haben. Denn mit Cashback wird das Einkaufen viel günstiger. Kaufen Sie Split-Pakete, bekommen Sie Ihre Belohnungen in Form von Ultima und tätigen Sie gewinnbringende Einkäufe mit Gutscheinen im Ultima Store. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Einkaufen.